Ja, wir kennen uns noch eine Stunde, ich würde gleich mal deine Jacke haben, zum Besuch zu haben. Guck mal, so ein... Ah, diesen Zauberdrück, nein, schön, diesen Zauberdrück habe ich gestern Abend gesehen im Fernsehen und die besuche ich vor eurer Augen vorzuziehen. Hat hier jemand zufällig eine Zigarette? Egal, welche Marke? Und anmachen, anmachen, anmachen. Das ist aus Spargunde, dass ich das frage. So, danke schön. So, und diesen Zauberdrücker Abend hat deutlich, deutlich gesagt, vorher, dass ihr anfängt, vor diesem Zauberdrück, benutzen Sie bitte niemals Ihre eigene Jacke. Und jetzt habe ich das gedacht. Und natürlich aus Spargunde eine Zigarette von jemandem und Publikum und dann fragen Sie... Und dann fragen Sie an das zuerstes Publikum, niemals um den Inhaben von dir. Wo wollen Sie ein kleiner Loch machen? Und das Publikum antwortet, wo? Im Rücken. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. So ist das scheißegal, das ist nicht unsere, ja, genannt. Ja, in der Rücken, hier. Sie bleiben standen, sagen ja. Ja, Applaus. Ja, begrüßen Sie ja. Die Zigaretten muss spielen. Glubblubblubblubblubblubblubbl, eben ringt uns doch doch. Und kann ich weiter? Geh! 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 noch weiter! Und rote aus, das könnte ich auch nicht. Dann kam ich jetzt der Abtreib. Und dann hat die Gefahr gesagt, wie größt muss das Loch sein? Größt oder klein? Groß immer. Okay, und das Ding machen wir auch, ja? Okay. 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 Und du lachst noch. Du kannst einfach pusten, was soll man? Nein. So, so. Dankeschön. Danke. 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 Also, ich habe etwas mitgebracht aus Paris, ja, an einer Seite ist die komplett geschlossen, aber vorher ein bisschen ziehen, jetzt ein Atem, das ich ganz blicken und in die Balance. Also, ich erkläre das wegen der Reparatur, das ist eine kleine Geschenk, eine Kugel, zwei Kugeln, drei Kugeln und die drei einfach zusammenfluten. In English heißt das, I don't, why not. Ich erinnere my cash. Ein, zwei, drei, die, Jupp und hier noch einmal. Ein, zwei, drei, die didi, blü lying, blü blü und Woh Roland, Hoppel. Das ist die berühmte französische Queue-Pon-Font, ein Verhältnis. Das ist ein Ding da, ja? Und da musst du mir helfen. Ein kleinesche Pusten hier, nicht so viel. Das ist ein Verhältnis, 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 ein Verhältnis. Das sind die besonderen Füßen, die hinteren Füßen, und jetzt die berühmte französische Queue-Pon-Font, ein bisschen Honig drauf, dann hast du drei Teigem ehemalig. Vielen Dank.